Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit WWE Supercard. An erster Stelle möchte ich mal sagen, dass ich mich sehr freue, dass wir es heute mal schaffen, zum Donnerstag mal wieder pünktlich eine Supercard-Ausgabe rauszubringen. War das ja jetzt arbeitsmäßig bei mir geschuldet, dass das nicht so geklappt hat, aber heute ist es zum Glück mal wieder soweit und es gibt natürlich einiges zu erzählen. Okay, das Erste, das Schönste, sagt man ja immer als Erste, wir werden heute ganze zwei TVG-Packs noch gemeinsam öffnen und wir werden gemeinsam mal auf die aktuell laufende Road to Glory schauen. Ich würde sagen, wir gehen hier mal ganz kurz durch. Klar, ich kann über den Tag eine Spalter spielen und ich habe trotzdem ein paar Pünktchen schon gemacht, freue ich mich drüber. Bei mir ist das nun mal alles erst abends. Aber naja, ist egal. Gehen wir mal durch. Wir haben hier Bestie, Finn Balor, auch hier so ein Valentinstagsbild aus dem Jahre 2018. Ich hätte mal für viele vielleicht interessant für den Kartenkatalog. Dann haben wir hier den guten Alexander, dann haben wir Eric Young, Ember Moon, allgemein so eine kleine NXT-RTG. Und dann haben wir auf Gothic, auf Gothic sag ich schon, auf Goya, Sami Zayn, haben Tommaso Ciampa auf Summerslam 18, haben Seth Rollins auf Gothic, haben Alistair Black auf Neon. Eine aktuelle Valentinstagskarte aus dem Jahre 2019. Ich weiß, viele von meinen Zuschauern, die haben mir ja geschrieben gehabt, dass sie Alistair Black aus den Fusionen gezogen haben. Euch Leute ganz speziell, ein riesiges GZ und einen herzlichen Glückwunsch. Und ich hoffe, dass ihr es schafft, natürlich euch Alistair Black zu ergattern. Das ist auf jeden Fall eine coole Karte und es sei euch von Herzen gegönnt. Dann haben wir hier auf Zerstört, haben wir Johnny Gargano und haben hier als Eventkarte Velvet in Dream. mit einem richtig geilen Bild. Also das muss ich einfach mal so sagen. Ich finde es gut mit Johnny Gargano. Es ist zu verstehen, wenn es so NXT-lastig ist und er als North American Champion. Es ergibt alles Sinn. Aber da halt letzte Woche schon eine LMS war, naja, da sieht man ihn halt schon wieder. Ist wie es ist, wollen wir uns nicht drüber aufregen. Aber ich weiß auch, dass es für viele Pro ist und euch natürlich auch herzlichsten Glückwunsch. Ja, dann haben viele mir geschrieben gehabt, Ich will mir ehrlich gesagt gar keine Meinung darüber bilden, dass seit dem Update, was jetzt so war, dass das mit der Werbung jetzt ein bisschen verbuggt sein soll. Ich kann nur sagen, deshalb habe ich meine Matches hier vorhin schnell gemacht gehabt. Ich habe es auf dem Handy probiert gehabt und konnte zweimal Werbung gucken. Manche haben mir allerdings auch gesagt, die konnten halt zehnmal Werbung gucken und dann war zick. Und manche konnten es gar nicht. Manche iPhone-Besitzer haben überhaupt keine Probleme. Auch BlueStacks stürzt das Spiel ab. Ich habe enorm viele Sachen gelesen. Ich, wie gesagt, wehe es jetzt noch gar nichts. Ich habe es jetzt noch nicht selber geprüft. Ich konnte, wie gesagt, zweimal Werbung auf dem Handy gucken. Auf BlueStacks habe ich noch gar nicht probiert. Aber ich muss ja auch ganz ehrlich zugeben, dass es, selbst wenn das mit der Werbung nicht funktionieren würde, wäre es für mich persönlich nicht so mega schlimm, weil ich wirklich immer so dieser Stunden-, zwei-Stunden-Rhythmus-Spieler bin, der dann halt immer seine fünf beziehungsweise sechs Matches dann halt macht und dann das Handy oder Tablet wieder zur Seite legt und dann halt in ein paar Stunden wieder reinguckt. Das ist so mein Spielprozedere. Deshalb, das ist jetzt nicht so gemeint, dass mir das scheißegal ist mit der Werbung. Ich habe ja spätestens zur Grinding-Ausgabe, will ich mit euch ja auch eine Stunde hier sitzen und daddeln. Das ist natürlich kacke, wenn das dann nicht funktioniert. Müssen wir einfach mal abwarten. Ich bin dann natürlich auch auf das Feedback ein bisschen von euch angewiesen, aber wir haben da etliche heute schon geschrieben und da ihr Leid kundgetan. Und es ist natürlich eine beschissene Sache, wenn das nicht funktioniert, ne? Also mit der Werbung und so. Aber wie gesagt, mich persönlich trifft es jetzt nicht so, aber ich weiß, dass es viele von euch dann doch schon trifft. Oder ihr müsst dann halt auch so spielen wie ich und so ein Intervallspieler werden. Also alle ein, zwei Stunden immer mal spielen. Und dann sage ich ganz ehrlich, da zieht sich so eine RTG dann halt auch bis Sonntagabend, bis man da die Eventkarte schafft. Oder was weiß ich, die zerstört. Ich muss eh gucken. Ich finde die Karte sehr geil. Und am Ende, denke ich mal, wird mein Deck auch auf zerstört landen durch die ganzen neuen Pros, die da mit bei rumgekommen sind. Die gute Candice LeRae bin ich ja auch noch am Playleveln im Augenblick. Ich habe hier noch den guten Trans7, wo ich immer Tyler Bate zu sagen will. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Dann hier Jeff Hardy. Dann der eine, der ist schon fertig. Der braucht noch ein bisschen. Und dann hier unten natürlich noch die Candice LeRae. Ja, da ist ein bisschen was passiert. Und ich hatte letztens meine besten Karten drin gehabt und war dann Neon++ hier hinten ungefähr gewesen. Deshalb gehe ich mal ganz stark davon aus, dass mit den neuen Pros dann auch eine, hier ein zerstört Deck in der RTG für mich bereitstehen. Das ist ziemlich cool. Und ich bin auch schon sehr gespannt, bis wohl ich Zehner beziehungsweise dann Sechser-Matches machen kann. Vielleicht wissen wir zur Grinding-Ausgabe schon mehr, obwohl das glaube ich nicht, weil morgen, ich kann über den Tag da nicht so viel spielen. Aber ich denke mal zum Montag spätestens kann ich euch da die genaueren Infos geben. Fusionstechnisch, ja, will ich vielleicht noch mal ganz kurz ansprechen. Wir hatten das ja in der letzten Ausgabe gehabt, wo ich da auf einmal eine zweite Fusion starten konnte und nicht 250 Credits nochmal einsetzen musste. Da haben wir doch die 1850. Dann würde ich sagen, starten wir die nächste Gothic-Fusion. Warum sagt er mir jetzt nicht hier wegen 250 Credits? Warum konnte ich jetzt das ohne 250 Credits starten, obwohl ich eine Neon-Fusion aktiv habe? Die Lösung haben mir viele von euch geschrieben und ich muss ehrlich sagen, ich wusste das wirklich nicht, weil hätte ich das nämlich erst schon gewusst zu SummerSlam 8, zu Fusionszeiten, hätte ich das nämlich auch schon gemacht. Für diejenigen unter euch, die es nicht wissen, ihr wisst es, wenn ihr eine zweite Fusion starten möchtet, müsst ihr 250 Credits bezahlen. Das Ding ist jetzt folgendes. Ich habe nämlich hier diese Zerstört-Fusion, war meine zweite Fusion und die habe ich für 250 Credits halt gestartet. Morgen, in einem Tag, ist meine Gothic-Fusion fertig. Das war die kostenlose Fusion gewesen. Ich kann darum morgen sofort meine Neon-Fusion starten und muss dafür keine 250 Credits einsetzen, obwohl es eine zweite Fusion ist, die läuft, weil ich halt die Fusion, diese Zerstört-Fusion, für 250 Credits gestartet habe und die in dem Zeitraum halt ist, wo die endet und die dann halt anfangen würde. Ich finde das sehr krass. Ich wusste es nicht. Man lernt nie aus bei Supercard und es ist ehrlich gesagt ein schöner Zufall, dass mir das passiert ist bei der letzten Ausgabe und einige von euch wussten das ja auch. Und ich sage ganz ehrlich, hätte ich das eher gewusst, hätte ich das bei Fusion schon öfters so gemacht. Halt immer die Fusion, die am längsten dauert. Also das ist jetzt so mein Tipp für Leute unter euch, die das jetzt genauso machen wollen. Die Fusion, die am längsten dauert, als zweite Fusion mit 250 Credits starten und dann die andere Fusion, die ja in der Zeit enden wird, wo ihr die zweite Fusion gestartet habt und dann könnt ihr nämlich direkt die nächste starten. Ohne 250 Credits. Das bedeutet, ihr könnt drei Fusionen auf jeden Fall machen. Und das finde ich jetzt schon krass. Also ist jetzt wirklich nicht zu verachten und deshalb werde ich das definitiv so weiterhin beibehalten. So, da haben wir das jetzt beredet gehabt, war mir auch irgendwie noch ein bisschen wichtig gewesen, So, was war noch so wichtig? Sonst eigentlich nichts wichtig. Das Ähnlichste, wir können ja zwei TBG-Packs heute öffnen. Ich habe ehrlich gesagt so ein ganz kleines bisschen die Hoffnung, dass eine Zerstört-Karte heute drin ist. Bis jetzt habe ich ja eine einzige Zerstört-Karte bis jetzt im TBG-Pack drin gehabt. Und da ja auf Neon jetzt das Deck dann Full-Deck ist in der RTG, werden wir uns heute mal die Zerstört-Karten genauer angucken. Weil ehrlich gesagt, ich weiß bestimmt auch nicht mehr alle hundertprozentig, weil ich die halt einfach immer nur gesammelt habe, weil sie eh so ferner liefen waren und ich nie den Gedanken an einen Pro verschwendet habe. Ist eigentlich heute auch nicht so, aber wenn ein Pro bei rumkommt, will ich natürlich auch wissen, was los ist. Wir gehen mal ganz kurz durch. Wir haben den guten Stone Cold, haben Kofi Kingston, Sheamus, Hanson, dann okay, hier Fusion, Fusion, dann haben wir Daniel Bryan, Shinsuke Nakamura, Ricochet, Drew McIntyre, EC3, Adam Cole, Andrade, Rusev, Sonja Deville, gut, wird eh nicht bei rumkommen, Samoa Joe und Harper. Harper war nämlich unser Freebie gewesen. Gut, Leute, jetzt würde ich sagen, jetzt gucken wir hier aber mal hin. Man muss aber halt auch dazu sagen, ich freue mich natürlich auch noch über gewisse Neon Pros, so Leute wie der Ultimate Warrior oder Sting. Das wären noch so Karten, wo ich richtig Bock drauf hätte und dann natürlich, wenn noch mal eine Diva bei rumkommt, wäre natürlich richtig geil. Leute, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ersten Pack an. Wir haben uns hier durchgesetzt gegen das Team House of Pain. Grüße gehen raus an der Stelle und ich würde sagen, Belohnung einfordern. Leute, ich habe wirklich Hoffnung, vielleicht heute mal eine Zerstört-Karte. Leute, wir gucken. 3 Neon allerdings auch nicht zu verachten. Finde ich so eine geile Nummer. Vielleicht ist ja eine Diva drin. Leute, wir gucken. Jimmy Uso ist, glaube ich, Single. Also, den habe ich irgendwie noch gar nicht. Also, ich weiß es jetzt nicht 100%. Ja, ich glaube, den habe ich noch gar nicht. Wir gucken weiter. Tony Nese habe ich schon Pro, aber es ist noch eine Neon-Karte, Leute. Wir gucken. King Xavier Woods, den habe ich letztens erst als Pro gemacht. Wie gesagt, Jimmy Uso, weiß ich nicht, ob ich ihn schon habe. Kam mir zu nispringen Kartenwertung. Leute, wir nehmen uns mal ganz kurz die Zeit, weil mich interessiert das jetzt. Weil Neon sind ja so viele. Jimmy Uso hatte ich tatsächlich noch gar nicht gehabt. Es gibt auch noch Singles auf Neon. Das ist ja der Wahnsinn bei denen, die ich da alles schon gekriegt habe. Aber Leute sollen es nicht weiter stören. Aber drei Neon-Karten an sich ist auch schon cool. Und wir haben letztens eine Diva gekriegt. Alles okay, Leute. Wir gucken im nächsten Pack mal rein. Das war wirklich ein krasser Fight gewesen. Team Night Rockers hat sich auch hier durchgesetzt gegen das New Team. Grüße gehen hier raus an der Stelle. Und da muss man wieder sagen, nicht zu verachten, das Team war, glaube ich, was war das? WrestleMania 34 gewesen? Sieht man das jetzt hier nicht mehr? Ich will jetzt so ungern das Team nochmal suchen. Ihr seht es aber schon an den Bildern. War es WM 34? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau. Man sollte das nie unter Wert stellen, was für eine Stufe das gegnerische Team hat. Weil diejenigen haben, glaube ich, bis auf einen komplett aufgeladen gehabt. Und das war schon eine heftige Nummer gewesen, Leute. Wir gucken mal rein. Was hier so auf uns wartet? Ah, wieder keine Zerstört-Karte. Aber 2 Neon. Chancen sind da. Vielleicht nochmal ein Diven-Pro. Oder halt so ein richtig geiler. Wir gucken mal. Bobby Lashley haben wir hier auf Gothic gekriegt. Wow! Alexa Bliss. Schon wieder eine Diva gekriegt. Single. Aber Leute, scheiß der Hund drauf. Alexa Bliss gekriegt auf Neon heute. Wow! Leute, das ist cool. Das ist cool. Wir gucken mal, was noch so auf uns wartet. Mustafa Ali. Auch Single. Dass ich da noch so viele Single-Karten auf Neon kriege. Bei dem, was wir da schon alles hatten. Das ist einfach faszinierend. Aber, ich will ehrlich sein. Über Alexa Bliss freue ich mich natürlich auch ungemein. Will hier gleich mal gucken. Weil, also das ist wirklich ein Titelbild, was sie halt hat. Was richtig geil kommt von der Ulti-Karte damals. Ha, das waren noch Zeiten. Kommt richtig gut auf der Karte. Also, wenn die irgendwann mal Pro wird, ist das natürlich ein Bild. Ja, ja. Ist natürlich richtig geil. Und vor allem auch eine Single-Karte ist für mich durchaus interessant. Weil sie auch so bei mir in das Women's Royal Rumble oder Elimination Chamber Deck wandert. Also, von daher, alles gut. Auch als Single Alexa Bliss für mich nicht zu verachten. Coole Karte. Grüße gehen raus an Massinho an dieser Stelle. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich bin gerade am überlegen. Nee, Woe to Glory habe ich drüber geredet. Und dass ich halt mal gucken will, was da jetzt so alles so dann passiert. Den War-Modus haben wir gut. Das ist jetzt nicht so interessant. Ich bin halt am Play-Level, damit ich für die RTG dann halt mein Full-Deck halt hinkriege. Gut, eh ne Neon Pro Diva fehlt dann. Aber Leute, das ist mir ehrlich gesagt egal. Das Deck hat sich so gut verbessert in letzter Zeit. Irgendwie haben mir die Leute auch gesagt, Man, in the Bank soll sich die Animation geändert haben. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig, wie das aussieht. Ja, und bei Fusionen habe ich gegenwärtig eine Laufe. Und ich hatte das Problem gehabt, dass ich immer die Linksherzen nicht gezogen habe. Aber heute, wirklich nur heute, war es so gewesen, dass ich da wirklich ein paar gezogen habe. Also wirklich, ich hatte eins. Und jetzt habe ich nur mal fünf gezogen. Das bedeutet, ich kann auf jeden Fall noch eine Fusion machen. Weil ich ziehe nämlich immer bloß die anderen. Also die hier. Deshalb sehr faszinierend, dass ausgerechnet heute, als dieses Pack nicht mehr drin war, hier mit diesen Links- und Rechtszeilen für 500 Credits. Also ich weiß nicht, was die gerucht haben. Also das... Also wer... Also... Ne, ich hoffe, es hat sich keiner von euch geholt. Aber ich schätze euch mal nicht so ein, Leute. Ja! Gut! Haben wir alles besprochen? Freue mich, dass das Donnerstag mit der Ausgabe mal geklappt hat. Wir sehen uns super kartechnisch am Samstag zur Grinding-Ausgabe wieder. Bin sehr gespannt, wo ich dann in der RTG so sein werde. Ich denke mal, nicht viel weiter als jetzt. Weil ich spiele halt nur noch heute Abend und morgen keine Zeit. Es ist halt leider, wie es ist. Gut. Leute, soll es gewesen sein. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Und würde einfach mal sagen, Keep on Wrestling! Und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut, Leute. Ciao! Ciao! Ciao!